Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier heute im Böhmischen Prater und zwar schauen uns wir das älteste Ringelspiel Europas und was sonst noch gibt an. Ich wünsche euch viel Spaß. Mittlerweile sind wir hier im 100 Jahre alten Ringelspiel und ich habe mich für die Straßenbahn entschieden. Hier die Straßenbahn mit der ich fahren werde. Mittlerweile habe ich hier in der Straßenbahn Platz genommen. Schöne Grüße an Tobis Maus an der Stelle und man kann sich vorstellen, das ist alles furchtbar eng, aber es ist trotzdem ein Spaß. Auf geht's in die erste Runde und nicht gerade zu meiner großen Freude geht das ganze verkehrt herum und ich werde einfach jetzt eine Runde mitnehmen. So, das ist einmal die ganze Runde. Wenn man schon im Böhmischen Prater ist, dann muss man natürlich auch Geisterbahn fahren. Nebst den Fahrgeschäften gibt es diesen Waggon hier in Prater vom Verein Freude des Böhmischen Praters. Auf geht's zur nächsten Attraktion und zwar wird jetzt Autodrom gefahren. Wie im Wurschtelprater gibt es natürlich auch im Böhmischen Prater ein Riesenrad, auch wenn es um einiges kleiner ist. Auf geht's zur nächsten Attraktion und zwar ich gehe gerade die Stufen von der Big Slide hoch und ich glaube die ist fast sogar um eine Spur länger als wie diese eine Rutsche im Wurschtelprater. Das war jetzt ein gedrücktes Vergnügen, ich bin da verkehrt drinnen gesessen. Der Plastikteil ist nämlich der auf dem man sitzt und der Stoffteil ist der auf dem man rutscht. Ich hätte es genau umgekehrt gehabt. Egal, wurscht, du musst dich was rutscht. Eine weitere Institution hier im Wiener Prater ist die sogenannte Süße Trame, ein ehemaliger M-Triebwagen. Das war's von unserem heutigen Ausflug in den Böhmischen Prater und wer das Video bis hierher gesehen hat, schreibt in die Kommentare Hashtag Schaumbelcher. Ich sage vielen Dank für's Schauen vom Video. Baba, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.